Musik Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute stelle ich euch mal zwei Gameboy Spiele vor und zwar sind bei Limited Run momentan zwei Gameboy Spiele in so einer Art Neuauflage vorzubestellen Also die Aktion läuft noch bis 23. Mai, die beiden Spiele kosten jeweils 35 Dollar ungefähr plus natürlich Versand aus Amerika, das dürfte so ungefähr 15 Dollar sein Ich habe mir von den beiden Spielen eins vorbestellt und zwar einmal das Starhawk Warum, das erläutere ich gleich, ich möchte euch hier so mal ein bisschen die Spiele etwas näher bringen damit ihr euch vielleicht mal einen besseren Eindruck machen könnt und vielleicht mal sehen könnt, hey okay, das will ich mir auch ordern oder nicht Allgemein muss ich sagen, ein gutes ist dabei und ein schlechtes Aber soweit dazu gleich zu den Spielszenen Die Spiele kommen auf einem originalen Modul, sind auch ganz normal auf einem normalen Gameboy spielbar Kommen in einer Originalverpackung, sag ich mal, die sehr stark an den Stil der alten Spiele angedehnt ist und es ist ein Handbuch dabei Auf der Webseite ist leider nicht angezeigt, wie dick dieses Handbuch sein soll oder ähnliches Ich nehme an, das fühlt sich so im Rahmen der alten Handbücher irgendwie bewegen Unter die Originalverpackung ist ja von Gestaltung her jeweils natürlich Geschmackssache Und das Modul erhebt sich, ich denke mal, auch absichtlich etwas vom Original ab Der ist nicht grau und so weiter Ja, eine interessante Sache auf jeden Fall Im Titelan hat schon einmal Gameboy-Spiele neu aufgelegt Und zwar Spankys Quest und einmal Amazing Penguin hieß das, glaube ich Das habe ich damals nicht verstanden, weil da natürlich jetzt nur die Module Beide sehr, sehr günstig zu haben waren Aber dieses Mal ist auch eines der teureren Spiele dabei Und ich würde sagen, ich habe genug geschwafelt Ich habe euch die Seite natürlich Limited One verlinkt Unten ist nur bis zum 23. Mai vorbestellbar Danach ist finito Und ich würde sagen, wir schauen mal rein in das erste Spiel Und das ist Metal Masters Also, das erste Spiel ist Metal Masters Das ist ein US-Exklusive Spiel Ist 1993 erschienen Und ist hier, wenn man jetzt nur das Modul berechnet So für ungefähr 30 bis 35 Euro auf Ebay zu haben Und ihr seht, gepublished von Infogrames Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt, dass es gar nicht hier erschienen ist Aber wahrscheinlich Es fängt hier sehr gut an Aber ganz ehrlich Als ich in das Spiel reingespielt habe Habe ich mir gedacht, okay Das wäre vielleicht auch ein guter Kandidat für eine Quätsicht-Folge Ihr werdet sehen, warum Also Ihr habt Erstmal die Auswahl zwischen Easy, Medium und Hard Ich nenne es mal zur Anschauungsfelden Medium Und es ist ein Fighting-Game in dem Sinne Ihr spielt Roboter und kämpft gegen andere Roboter Wie man sieht, ist hier die Besonderheit Ihr habt zwei Ebenen Einmal oben, einmal unten Genau Und ihr seht wahrscheinlich Links ist meine Lebensenergie Rechts die des Gegners Ihr müsst immer auf derselben Ebene sein Und ihr könnt gezielt die gegnerischen Arme und sowas angreifen Ich mache es erstmal so Weil ich ihn gleich mal Natürlich etwas Runterhauen will Die Arme weg Und zwar drücke ich hier einfach Also B-Taste ist Schlag links Und rechts Man kann sich auch ein bisschen schießen Auf die Entfernung Aber Da weicht man sehr schnell aus Und wie ihr seht Es ist sehr fummelig Ist man auf der falschen Ebene Schlägt man in die Luft So Also So Und zwar Weil wir auf derselben Ebene Jetzt haben wir erstmal Ruhe Weil ihr seht Ich habe hier die beiden Arme Weggekloppt Das heißt Er kann jetzt So original Nichts machen Deswegen sollte natürlich Für euch Hey Ziel sein Am Anfang Arme wegkloppen Das Problem ist jetzt Ich muss jetzt die anderen Ebenen treffen Einmal der Body Das ist komisch beschrieben Das ist eher so der Kopfbereich Und einmal die Beine So Das Problem ist Wenn ich nach oben drücke Jetzt wollte ich jetzt gerade was zeigen Und schlage Also auf die Entfernung Schießen sie immer Dann schlägt er nach oben Das Problem ist natürlich Wenn ihr auf der unteren Ebene seid Und das machen wollt Dann geht ihr halt nach oben Was total bescheuert ist Das heißt Ihr könnt das nur machen Wenn ihr auf der oberen Ebene seid So 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 mache ich dann halt Hier am Body Schaden Ansonsten Linke Faust Macht den linken Arm Gegnerischen Arm kaputt Und so weiter Wenn ihr doppelt nach unten drückt Dann kniet ihr euch hin Und könnt dann theoretisch Auch einen Schlag irgendwie ausführen Aber ganz ehrlich Das ist so fummelig Und braucht man auch nicht Das heißt Ich habe ihn jetzt quasi Kampfunfähig gemacht Ich kann jetzt nicht mehr verlieren Ihr seht schon an der Punktzahl Ich muss jetzt aber noch Sein Body kaputt machen Damit ich jetzt die Runde gewinne Oder halt abwarten Ihr seht in der Mitte Ist ein Zeitlimit Bis das abgelaufen ist Klingt das für euch nach Spaß Wie gesagt mit diesen zwei Ebenen Das ist eine nette Idee Aber das ist einfach nur Schlecht umgesetzt worden Guck Ich muss jetzt immer gucken Dass ich ihn jetzt nach oben treibe Weil wenn ich jetzt da unten gehe Und einen Schlag nach oben mache Und das ist dann quasi Gedrückt halt das Steuerkreuz Ihr könnt natürlich jetzt jedes Mal Hier einfach nur Die beiden Kombinationen drücken Gehe ich halt immer eine Ebene nach oben Und das nervt tierisch Das heißt die haben sich schon was überlegt Hier mit verschiedenen Trefferzonen Und verschiedenen Ebenen und so Das hätte Hätte potenziell Ziemlich cool sein können Auch Sound passt würde ich sagen Ja Da gibt es nichts zu meckern Aber Wie lahm ist diese Spielpreise Im Prinzip Also ich weiß nicht Also Fighting Games auf dem Gameboy Ist sowieso allgemein Keine so super Idee Aber das ist es natürlich blöd Auch hier Im Prinzip Super Idee Ihr könnt mit euren verdienten Punkten Könnt ihr halt Entsprechend Euch die einzelne Körperteile Hier Verbessern Ich habe es natürlich Jetzt nicht genug Credits Ich habe nur einen Aber ihr könnt das alles Reparieren Und upgraden Wunderbar Super Idee Nur halt Das dumm herum Das stimmt alles Aber das Gameplay An sich ist halt scheiße Ich gehe jetzt hier hin Zack Ich mache jetzt wieder Also ist zumindest für mich Ich habe jetzt nur bisher Auf leicht gespielt Das mag vielleicht jetzt noch mehr Anspruch haben wir natürlich Auf mittel oder auf schwer spielt Ganz ehrlich Sieht das für euch noch Spaß aus? Also aufgrund deswegen Habe ich mir dieses Spiel Jetzt bei Limited One Nicht vorbestellt Weil ich finde es irgendwie So ein bisschen Okay Das ist so Neuauflage Das macht natürlich Jeder so für sich Entscheiden Wie er das mag Manche stehen drauf Manche wollen Originale sammeln Da gibt es ein richtig Oder falsch Aber das soll es auch Wenigstens gute Seltene Spiele Rausbringen Wie zum Beispiel Trip World Oder irgend sowas Was wirklich Arschteuer ist Und gesucht wird Aber hier sowas Was irgendwie Keine super super Bewertung ist Also hat Und auch nicht verdient hat Ich mache es nur kurz hier Drum Ich weiß nicht Komische Wahl Mag natürlich auch an Rechten Und sowas zusammenhängen Aber ich würde sagen Gehen wir mal zum Wesentlich Wesentlich besseren Spiel Und zwar Starhawk Starhawk ist ein EU Exklusives Spiel Was 1993 erschienen ist Es war wohl auch eine Veröffentlichung in den USA Geplant Wurde aber gecancelt Das Spiel Ist schon wesentlich teurer Wenn ihr das für eure Sammlung Euch holen wollt Und zwar kostet das so Um die 80 bis 90 Euro Auch hier wieder nur Nur das Modul Und das Spiel Ich muss vorweg machen Es ist ein Shoot'em up Und ich bin nicht gut In Shoot'em ups Das heißt Wundert euch nicht Wenn ich jetzt hier Nicht weit komme Das Spiel umfasst Insgesamt Fünf Stages Und ihr werdet sofort sehen Warum das Spiel So faszinierend ist Guckt euch diese Grafik an Dieses Paralox 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 Scrolling Gott Das will Kaum bin ich im Spiel Ist mein Sprachzentrum Schon beschädigt Und die Grafik ist einfach super Bei einem Spiel Ist schön Es gibt ein Dauerfeuerknopf Ihr müsst ja nicht wie Solar Striker immer drücken Sondern ihr könnt einfach hier Dauerfeuer machen Das Problem ist Das Problem ist Wo ich mich auch in das Spiel Wirklich reinfuchsen Möchte und muss Das Raumschiff hat ein relativ Großes Sprite Wie ihr seht Und ich habe ja auch Eine relativ hohe Hitbox Das müsst ihr auf jeden Fall Beachten Und es ist natürlich wie üblich Wenn ihr irgendwelche Ränder Berührt Denn ist rum Und Das ist es Es gibt natürlich auch Entsprechende Waffen Powerups Die sind aber Hier in diesem Spiel Okay Okay Gut Ich dachte ich muss da Etwas mehr Navigieren Die sind hier Das Spiel sehr selten Und zwar Dieses P Was ich hier gerade Zum Beispiel eingesammelt habe Könnte man natürlich Wie denken Okay Das das Upgradet Die Waffe Um eins Oder sowas Das ist aber Tatsächlich Nur Ein Punkte Hinzufüge Ding Also Das hat mir Punkte gebracht Und dadurch Ist das Spiel Jetzt nicht so sehr Großzügig Dass ihr Wenn ihr irgendwie A-Type spielt Oder so Habt ihr da gefühlt Irgendwie 10 Sekunden Schon die Fettesten Waffen An sich Und wie ihr seht Es ist Schnell Game over Ich starte nochmal neu Nur damit ich ein bisschen Was erzählen kann Ich hab's wirklich Ergesagt Noch nicht weit Geschafft Ich hab mir natürlich So ein bisschen Eine Vorbereitung Mir ein bisschen Videomaterial Angeschaut Und auch Durchaus Tests Gelesen Und da wird Überall Vor allem Wie gesagt Das Paradox Scrolling Und die grafische qualität Hoch gelobt Und was wohl Für shoot him up Freunde Relativ ungewohnt ist Ihr seht Der schuss Kommt nicht aus der Mitte des raumschiffs Durch Sondern es ist so ein bisschen Nach unten Leicht versetzt Ich hab So einen groben Einblick In beide Spiele Gehabt Könnt ihr euch Überlegen Ob er Das noch Bestellen Wollt Wie gesagt Ihr habt Noch Zeit Bis zum 23. Mai Falls ihr das Irgendwann mal Später Sehen solltet 2021 Natürlich Und ansonsten Ich hab ja schon Eine umfrage Gestartet Es sind wirklich Sehr viele Von euch Sehr aufgeschlossen Von diesen neuen Releases Was haltet ihr davon Habt ihr auch welche Vorbestellt Hauts in die kommentare Rein Würde mich interessieren Und dann wünsche ich euch Einen wunderschönen tag Egal was ihr noch Vorhabt Macht's gut Ihr lieben Tschüss